So ja und damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So hier vorne haben wir Stimmen gehört, wir gehen einfach mal hin. Speichern? Oh ja, das können wir wieder ausmachen. Tun wir auch noch mal speichern. Das pack of goblins wird auf uns auf jeden Fall. Was ist passiert? Goblins sind auf unsere Seite. Open die Gäste, jetzt! Sie lassen die Goblins hier? Wo sind die Druid? Bitte, keine Zeit! Die Nine Hellen, open die Gäste! Ja, da ist Trost zu. Okay. Okay. Wir haben hier schon mal einen. Das hat zu Ball klappt. Und weiter können wir mit dem nicht. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, dann machen wir halt fern, durch Sporen, durch Schuss, und dann gehen wir erstmal auf den Großen, na die haben alle 18, ne, die Kleinen haben 6, 9, na geh mal auf den Großen, ok, sie holen wir hier rüber so mit dem kann man das auch tatendrang aber bewegen können uns nicht mehr fernkampf 6 der hat noch 9 auf den hier alles klar wo er hat uns vorgiftet fehlschlag ist gut der dicke ist tot das war klar er hat noch sechs der verschanzlichen noch zwölf machen wir den hier weg burschen brauchen sie nicht aber wir bräuchten wer ist er das ist er hier könnte man heilen könnten aber auch uns selbst heilen wobei wegen drei lebenspunkte ok ja dann lauf mal hier vor dann gehen wir auf den hier sehr gut auch sehr gut jetzt haben wir nur noch den ah easy open the gates ok drücken oh das machen wir Ware das nehmen wir so mit Ware Ware Gold Topfdeckel Ware Topfdeckel Walkerzahn Elixiertes Blutdurst ja da müssen wir auch mal gucken wie wir das alles so herstellen das kommen wir auf jeden Fall Ware dann machen wir Elixier das nochmal so mit ah der Bogen ist nicht so gut Knochen ja was haben wir hier Ritualstab vielseitig umwerfen Knochen Knochenkapper einfaches Gift Schustrolle schmieren ja das nehmen wir so mit und dann jetzt müssen wir erstmal gucken haben wir haben wir das kann man Waren Waren die Perle auch zu Waren zu Waren zu Waren zu Waren hier haben wir ein Gold Kühlflasche der hat schon ein Dolch dann können wir das zu Waren hinzufügen das machen wir auch sei sei ein starkes handgemachtes sei ja komm das wir mal auf zu Waren Liebeswerkzeug das behalten wir mal noch hier ist wieder so ein Bogen ähm Ritualstab ich glaube das den geben wir ihr 2 bis 7 4 bis 11 2 bis 9 4 bis 11 ach das ist dann bei mir oder was 4 bis 11 sie könnte ruhig noch ein langes Schwert oh hier geht bei ihr nicht Kurzschwert und auch nicht was ist wenn wir ihr 2 mal ein Kurzschwert geben mal Kurzschwert langes Schwert langes Schwert kurzschwert oh jetzt machen wir das hier rein jawoll ok ein bisschen könnte man so lassen ja warte mal ich lasse das mal hier so drin das Waren entfernen das Waren entfernen oh das lasse ich ihr mal hier drin Ritualstab ja das bringt ja dann nichts ne wenn die da weniger macht oh Stachelschild kann man auch zu Waren hier haben wir noch Handschuhe Handschuhe der Macht ja Kampftreffer Fingerfertigkeit plus 1 jetzt ist die Frage gebt man es lieber ihr an Schuhe der Macht nö dank der Geschwindigkeit Pfeil des Feuers das gibt man ihr mal mit gut das nehm ich alles nehm ich alles weil ich bin hier der Chef nicht so ok was kann man mit diesen mystischen Tafeln machen können wir die noch entziffern oder lesen so aber die haben wir ja schon eigentlich gut öffnet das Tor sehr schön schluss mit dem schluss mit dem schluss mit dem schluss mit dem er oder schluss mit dem schluss mit dem Schlapp und dass sich dir es ist okay Okay. Okay, die gehen jetzt. Ja, den kann man blindern oder was? Okay. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Oh, not soon. We're messengers now. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Okay. Okay. So, wir schauen jetzt erstmal ein bisschen um hier. Hm. Was ist das? Das müsst ihr rechnen, vergiss Goblins Blut. Er ist tot, vergottet nicht eure Zeit. Gut, mir leid, es ging mir so schnell. Ah, ein bisschen. Hä, wer hat das jetzt gesehen? Die? Ah, das sollen sie doch kommen, die Position lässt sich gut verteidigen. Taktik ist bestieger als seine Ausbildung. Wie weit ist die Stadt weg? Okay. Magssvibli zu tief Knowledge sind zum� AC- sowie AC- 拍s ex kundell întgehen nur uns, nachdem sich eben anfle empALIعة, socellen. Backlauben Sie, dass sie neben Biden verbinden sind, sie Aid algae crossover, Let's finish this. Got to move. On the move. Let's go from here. Time to press ahead. Come on, then. What's in here? Morgenstern. 2 bis 9. Noch 2 bis 9. Reden wir mal mit ihr. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus' stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it. Fair and square. Minze? Herren? Was? Was? Ja, was meint die? Er hat mich ertappt. Gib mir die Minze, dann bin ich weg. Nee, dann veräppeln wir die hier. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the hells? Überzeugen. Ich wurde von Gedankenschündern entführt. Ihr würdet mir das sowieso nicht glauben. Komm, erzählen sie ja. 5 brauchen wir. Okay, hier machen wir nochmal einen Bonus dazu. Jetzt sind wir schon mal bei 8. Sehr gut. Ja, das ist ziemlich die Geschichte. Und ich dachte, ich war verletzt. Jetzt bin ich entschuldig für dich. Hier. Geh das. Es ist wertvoll. Aber ein Fortunes ist nicht wertvoll, wenn du sterben. Consider es payment für meine Leben. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the nine hells as very valuable currency. Okay, Seelenmünter. What are we here? Teleskop. You peer through the telescope. Fokussieren. Braucht 10. 1. Erneut werfen. Der Drache ist nach links. Du siehst einen Drachen, die sich wie ein Bärchen von Bärchen befindet. Sie schützt. Nach links. Das Teleskop zeigt nach links. Da waren wir Nach rechts Nochmal nach rechts Hm Aber was ist da? Nochmal nach links Nix Hm Okay So Na ja dann gehen wir noch hier runter Und dann würde ich sagen machen wir an dieser Stelle Ein Jetzt gucken wir sich die Leichen an Einen Schnitt Und dann sehen wir uns glaube ich noch in der nächsten Folge wieder Oh Eichhörnchen Kann man reden Okay das machen wir noch Ist eigentlich schon schön Mit Tieren umgehen Das verhalten der Kreatur studieren Oh Okay You follow the squirrels gaze to a pair of clumsy ugly feet Your own On her territory Looking around Her territory Extends from one end of the grove To another Zungeschnalzen Zungeschnalzen Tadeln Okay So quasi Ich geh hin wo Dank der Geschwindigkeit Okay Gut So Ein Hebel Wurde ich nicht Ähm So Da liegt was dickes drauf Da Das kriegt man nicht hoch Okay Ja dann haben wir das hier alles ab Klauert mal den ersten Ringel Und dann würde ich sagen Ja sehen wir uns dann gleich wieder in der nächsten Folge Bis dahin Vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss